Die Prothesenhersteller finden Wunderwerke der Technik, um Menschen nach einer Amputation wieder mobil zu machen. Die Krankenkassen lehnen diese Hightech-Behelfe oft ab, wenn ein billigeres mechanisches Modell genügt. Aber was heißt das für die Patienten? In unserem konkreten Fall geht es um eine Prothese für Walter Pferscher. Der Mann wird 2005 vor die Wiener U-Bahn gestoßen. Er erlebt, was es heißt, Opfer eines Verbrechens zu werden und dann auch noch in die Mühlen der Krankenkassenbürokratie zu geraten. Sonja Hochäcker berichtet. Oktober 2005. Walter Pferscher wird vor die Wiener U-Bahn gestoßen. Ich habe den Fuß unten gespielt am Bett. Und habe eigentlich noch die Ärzte daran geschimpft. Wieso, dass wir die Schuhe nicht ausziehen. Also ich habe den gespielt direkt. Aber ich habe nicht gewusst, dass er weg ist. Die U-Bahn hat sein linkes Bein zerfetzt. Die Ärzte müssen amputieren und rechts alle Zehen abnehmen. Für den Hobbyfußballer bricht eine Welt zusammen. Aber acht Wochen später macht er wieder den ersten Schritt. Was das Gehen erleichtert, ist seine Prothese, ein Hightech-Gerät, das Modell C-Lag mit elektronischem Kniegelenk. Die Kosten für diese Prothese übernimmt die Pensionsversicherungsanstalt. Anfangs. Aber dann wird dem Bauarbeiter die unbefristete Invaliditätspension zuerkannt. Jetzt ist die Wiener Gebietskrankenkasse zuständig. Als eine neue Prothese notwendig wird, lehnt die Gebietskrankenkasse das C-Lag ab. Sie bewilligt nur das Tarifmodell mit mechanischem Kniegelenk. Der Preisunterschied? Das C-Lag kostet ca. 24.000, das Tarifmodell ca. 8.000 Euro, ein Drittel also. Einer, der die Ablehnungspolitik der Krankenkassen kritisiert, ist Alfred Radner. Einige Bedienstete der Krankenversicherungsträger gehen davon aus, dass es heißt, die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Und damit verbindet man meistens, dass es sich um das billigste Produkt handelt. Tatsächlich müsste man aber im Gesetz weiterlassen. Und dort steht dann, es soll die Gesundheit und die Möglichkeit für die eigenen Bedürfnisse selbst zu sorgen, nach Möglichkeit wiederhergestellt werden. Nach Möglichkeit heißt, mit allem, was möglich ist. Also mit der Spitzenmedizin. Mit der mechanischen Prothese können Patienten zwar auch Stiegen steigen, aber sie stürzen öfter als mit dem elektronischen Knie. Bei einem elektronischen gesteuerten Kniegelenk, das steuert die Schwung- und die Standphase elektronisch und das misst permanent, wo sich der Anwender gerade in der Bewegung befindet. Mit dem mechanischen Knie ist Herr Pferscher über 50 Mal gestürzt. Heute, nach drei Jahren Kampf, hat er endlich die Bewilligung für das C-Lag. Dank der Wiener Patientenanwaltschaft. Mit ihrer Hilfe wird klar, dass nach dem Verbrechensopfergesetz nicht die Gebietskrankenkasse, sondern das Sozialministeriumsservice zuständig ist. Dort wird das C-Lag bewilligt, binnen weniger Tage. Was kritisch zu betrachten ist, ganz sicher, ist die Frage zumindest zu stellen, wie viel Zeit hat man sich tatsächlich in diesen letzten Jahren dafür genommen, sich mit der Situation des Herrn Pferschers auseinanderzusetzen, seiner ganz konkreten Lebenssituation. Auch die erste Prozesse ist nicht vom Sozialministeriumsservice übernommen worden, sondern offensichtlich von der Pensionsversicherungsanstalt. Auch hier wäre die Möglichkeit gewesen, dass das Sozialministeriumsservice die Kosten übernimmt. Also irgendwelche Informationen sind nicht auf diese Art und Weise gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Eine kurze Information hätte genügt und Herrn Pferscher Jahre an Kampf und Ärger erspart. Ja, vor allem an der Information der Gebietskrankenkasse hat es gehakt. Sie sind Verbrechensopfer, wenden Sie sich an das Sozialministeriumsservice. Diese Auskunft hätte Herrn Pferscher drei Jahre Irrwege erspart, als die Patientenanwaltschaft, schönen guten Abend Frau Dr. Sigrid Pilz, sich eingeschaltet hat. Innerhalb weniger Tage war dann der positive Bescheid am Tisch. Warum ist es dann so schnell gegangen? Weil sich meine Mitarbeiterin, die Frau Sule Gfang, die man im Beitrag gesehen hat, persönlich sehr eingesetzt hat. Und den ärztlichen Direktor der Gebietskrankenkasse angerufen hat und in kürzester Zeit die Information bekommen, dass eben der Herr Pferscher Anspruch nach dem Verbrechensopfergesetz hat. Er hat Anspruch, aber die Gebietskrankenkasse hat offensichtlich den ärztlichen Direktor und die Patientenanwaltschaft gebraucht, um das auch an die Person zu bringen, diese Information. Was hat Sie eigentlich auch persönlich, an was erinnern Sie sich, was der Herr Pferscher auch erzählt hat, was Sie besonders geärgert hat im Vorgehen der Krankenkasse? Also er wurde wirklich hingehalten und es ist ja auch keine Kleinigkeit, wenn man Angst hat, dass man stürzt, wenn die falsche Prothese sozusagen in Aussicht steht. Und allein der Umstand, dass eine Ärztin so berichtet, der von der Kasse gesagt hätte, na, vom Zimmer bis zur Toilette wird es mit dem einfachen Modell auch gehen, das ist zynisch. Gibt es jetzt eine Auskunftspflicht der Kassen? Also erstens gibt es eine Auskunftspflicht in Bezug auf die eigenen Leistungen, aber wir ja wissen, das Verbrechensopfergesetz ist ein Gesetz und nicht die mildtätige Zuwendung von irgendwelchen Leuten, die was beitragen wollen. Und man hat also einen Anspruch und es steht im Gesetz, dass dem Geschädigten auch eine Belehrung zu geben wäre, welche Ansprüche er hat. Das ist nicht unbedingt Aufgabe der Kasse, das müssten die Sicherheitsbehörden tun, aber es ist schon so, wenn man darüber Bescheid weiß und er ist sicher nicht das einzige Opfer von Verbrechen, dann hat man diese Auskunft weiterzugeben, ob Pflicht oder nicht. So, diese Auskunftspflicht von Kassen der verschiedensten Art, wir hatten erst vor wenigen Tagen den Fall von Elisabeth Zelzer eben bei uns in der Sendung, die eben von der SVA in diesem Fall nicht informiert wurde, dass ihre Behinderung, die über 50 Prozent betragen hat, sie vom Selbstbehalt der SVA eben befreit hätte. Wir haben unglaublich viele Zuschriften bekommen, zum Beispiel eben von Alfred Schmoll, der sagt, dass er seit den 90ern diesen Selbstbehalt eben zahlt, obwohl er 70 Prozent invalide ist oder zum Beispiel aus Innsbruck eben die Frau Eva Schichel, die sagt, sie meint, das ist einfach Taktik, das sei Absicht. Wie schaut das eben bei diesen anderen Kassen aus mit dieser Auskunftspflicht? Das ist wirklich erklärungsbedürftig, auch bei uns liegen solche Fälle vor. Und Faktum ist, dass es gibt viele Kassen, überall sind die Regelungen anders, es gibt Unmengen von Selbstbehalten, Kostenbeteiligungen, Rückerstattungs- oder Ausnahmeregelungen. Das ist für den Einzelnen gar nicht zu verstehen. Und wir vertreten die Position, dass diese Dinge vereinfacht, standardisiert, transparent und verständlich gemacht werden müssen. Denn wie soll denn ein Geschädigter oder ein Bezieher das alles nachvollziehen können? Und es ist auch erklärungsbedürftig, warum man sich sozusagen verschämt zurückhält und diese Information nicht aktiv gibt. Denn wenn eine Kasse Forderungen an einen Patienten hat, dann ist sie immer relativ schnell, die auch wirklich einzuholen. Ja, so ist das leider nicht. Also bei den Kassen ist es, wenn sie dann was fordern, sind sie dann schnell. Hilfe bei Ablehnung durch Krankenkassen. Wir haben das schon gesehen im Beitrag. Der Alfred Radner, der eben da schreibt, was raten Sie denn als Patientenanwältin, wenn es eben einen negativen Bescheid gibt? Was sollte man tun? Ich würde nicht warten, bis man einen negativen Bescheid bekommt, wenn man den Eindruck hat, man hat Konflikte darüber, was jetzt die Leistung ist, die man beanspruchen könnte. Wenden Sie sich an die Patientenanwaltschaften in allen Bundesländern beziehungsweise hat die Wiener Patientenanwaltschaft auch eine Hotline eingerichtet, die Gesundheitsinformation gibt. Und da können Sie anrufen, da wird Ihnen von qualifiziertem Personal aus meiner Dienststelle gesagt, welche Möglichkeiten Sie haben. Aber da könnte man auch zum Beispiel sagen, ich bin bei der Kassa so und so, ich habe eigentlich diesen Heilbehelf, habe den ständig abgelehnt bekommen, ist das rechtens. Das würde man dort auch erfahren. Wir recherchieren alles und wir geben die Auskünfte qualitätsgesichert und unabhängig. Wenn Sie jetzt Fragen haben und persönlich mit Frau Dr. Pilz sprechen möchten, rufen Sie auf unserem Expertinnen-Telefon an. Unter der Wiener Nummer 01 802 7000 können Sie mit ihr bis 19.30 Uhr reden. Die Informations-Hotline der Patientenanwaltschaft und weitere Hinweise finden Sie wie immer auf unseren Service-Seiten. Frau Dr. Pilz, danke fürs Kommen ins Studio. Frau Dr. Pilz, danke. Frau Dr. Pilz, danke. Vielen Dank.